Wir haben ja ein Geburtstagskind dabei und leider habe ich den Termin irgendwie nicht so mitbekommen. Wolltest du den Sekt raus? Nein, deswegen, wir haben doch für den ewig hungrigen, zu einer Pizza hat es leider nicht mehr gereicht, aber ich denke mal, das ist symbolisch. Ja klar, wenn schon dentro, dann machen wir eine Menge mit Köpfen. Das trägst du heute auch. Das trage ich jetzt immer noch von Sonntag, mit Pizzadessen.